Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute mit einer Sache, auf die ich schon relativ lange gewartet habe, denn sie ist ja jetzt quasi bei mir, endlich. Ich habe mich wirklich darauf gefreut. So ein bisschen gemischte Gefühle, denn eigentlich so viel zu freuen gibt es ja gar nicht. Wir gucken mal gleich, warum das so ist. Was haben wir denn hier? Wir haben hier das Nuki Smart Lock 3.0 Pro, muss man aber sagen. Sieht man gar nicht so gut, aber das ist die Pro-Variante. Das ist ja, ich glaube, bereits im letzten Jahr auch vorgestellt worden und dann ewig mit kommt irgendwann und könnt ihr dann bald bestellen. Dann hieß es, im Februar gibt es für Leute, die ein Nuki besitzen, ich besitze das 2.0, die Combo mit Bridge und Akkupack und allem, was man so kaufen kann. Das habe ich auch schon über, naja, anderthalb Jahre jetzt hier im Einsatz. Also schon relativ lange, fast zwei Jahre bald und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Das Auto-Unlock ist nicht so das Beste. Meins wurde jetzt auch einmal ausgetauscht, weil die irgendwie so eine LED-Probleme hatten damit, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam das dann raus. Man wusste, dass da ein Event kommt und ich hatte mir eigentlich mehr erhofft, muss ich sagen, von dem, was da kommt. Eigentlich, wenn man das 2.0 erkennt, ich kann es euch ja auch hier nochmal einblenden, dann weiß man ja ungefähr, wie das aussieht und dann weiß man auch, wie das aussieht. Das hat sich ein bisschen was getan, ja. Und das ist hier die Pro-Variante und die Pro-Variante gibt es eben auch nochmal als Nicht-Pro-Variante. Also das Schloss ist da ein bisschen anders. Ich erkläre gleich nochmal, was das ist. Und es gibt dieses Upgrade-Programm für Leute, die das eben schon haben. Das wollte ich gerade sagen. Und da hat man diesen Door-Sensor, diesen Tür-Sensor hier kostenlos mit dazu bekommen. Den können wir mal ganz kurz zuerst auspacken. Der ist wahrscheinlich erstmal so mit das Unspannendste hier, obwohl, wie man es so will. Hier sehen wir ihn. Ist eigentlich ein klassischer Tür-Sensor, wie man sie eben so kennt. Ja, Magnet und Steuereinheit, wie man es so nennen möchte. Der ist verbessert worden, denn der alte Sensor war, es stand doch in der App immer, dass es ein Beta-Feature ist. Das war nur so ein kleiner Magnet. Ich zeige euch einfach so ein kleiner Magnet, den man irgendwie in den Türrahmen geklebt hat. Und das war dann mal so ein kleiner schwarzer Fleck. Der war dann da und der hat dann dem Nuki-Schloss signalisiert, hey, Tür ist zu, Tür ist offen. Das hat dann mit der Mechanik, dem Magneten in dem Schloss zusammengearbeitet. Jetzt ist das ein eigener Sensor. Das heißt, es ist natürlich viel, viel zuverlässiger. Wenn der dem Ding hier sagt, ich bin zu, dann sagt diese Einheit hier dem Nuki, hey, die Tür ist geschlossen. Und das kann viel besser funktionieren. Hoffentlich wird es besser funktionieren. Dann habe ich hier noch was Schönes. Das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Das ist ein Adapter für einen Knauf, den man eventuell auf der Innenseite seiner Tür hat. Sowas gibt es ja. Dass Leute da kein Schlüsselloch sowas direkt haben, sondern da eben ein Knauf dran ist. Ich habe sowas nicht. Aber die Person, die mein Nuki mir abnehmen wird, mein 2-0er mit allem drum und dran, hat so einen Knauf. Und ich habe dann direkt, den kann man kostenlos mitbestellen, wenn man ein neues Nuki kauft. Den schicken die einem dann mit. Muss man nur sagen, welchen man hat. Welchen Knauf man hat. Das habe ich dann rausgefunden für meinen Nachkäufer. Habe dem das hier mitbestellt. Hätte man jetzt auch aus dem 3D-Drucker irgendwie machen können. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Man macht einfach den Knauf ab. Setzt diesen Adapter da drauf. Und dann kommt das Schloss da drauf. Weil normalerweise ist es ja so, dass hier in diesem Kopf von dem Schloss steckt ja ein Schlüssel in einem normalen Schloss, wo halt ein Schlüssel drin ist. Und das geht ja dann nicht bei so einem Knauf. Und deswegen haben sie es jetzt da so als Lösung gemacht. So, jetzt aber zum Hauptgerät. Endlich ist es ein weißes. Es gab das 2.0er auch mal an der weißen Kombo. Aber ich hole mir nicht nur wegen einer neuen Farbe ein neues Schloss. Also das muss man einfach mal sagen. Wir sehen hier, was das alles so kann. Google, Amazon Alexa und Apple HomeKit. Hier sehen wir nochmal ein bisschen so die Installation. Das ist aber jetzt auch, glaube ich, nicht so mega spannend. Es ist available for Connect IQ. Ich weiß gar nicht, was Connect IQ ist. Achso, Garmin. Garmin-Uhr. Und auch im Galaxy Store. So, hier haben wir das, was dieses Schloss so kann. Es ist halt am Ende von der Optik her das 2.0er auch immer noch. Es soll wieder ein bisschen leiser sein. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt gerade ein Austauschgerät bekommen. Das kam mit diesen Plastikhalterungen, mit denen man es an das Türschloss ran macht. Vorher waren es so richtige Aluhalterungen, auf denen das Schloss gesteckt hat. Allein mit den Plastikhalterungen ist meins gefühlt schon viel, viel leiser. Und wahrscheinlich ist es auch eine neuere Charge und auch noch leiser. Also ich bin sehr gespannt, ob das auch nochmal ein Ticken leiser ist hier. Apropos. Erstmal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch einen Nuki besitzt oder nicht. Und welches ihr da benutzt, ob ihr aufs 3er geupdatet habt oder eben nicht. Und wenn ihr meinen Langzeitbericht zu diesem Nuki hier wissen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Techpool-Podcast abonnieren. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Jede Woche eine neue Folge für Leute, die sich für Tech-News, Reviews und allen Kram interessieren. Da quatschen wir jede Woche einmal drüber. So. Jetzt war es so ein bisschen, okay, kaufe ich es, kaufe ich es nicht. Ich habe ja gerade dieses Upgrade-Programm erklärt. Und dann dachte ich, okay, wenn es ein Upgrade-Programm gibt. Und weil der Sensor kostet, glaube ich, ich blende es gleich nochmal ein. Und ich glaube auch 60 Euro, wenn man den einzeln kauft. Ist jetzt für so einen Türsensor schon ein bisschen schwierig. Schade, dass man da keinen externen Sensor einfach nehmen kann, um den Status dann quasi zu melden. Aber es ist es normal. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe relativ viel Zubehör für das 2.0 gekauft. Also ich habe eine Wi-Fi-Bridge. Ich habe diese Kombi mit der Bridge genommen. Dann habe ich ein Akkupack gekauft, als es rauskam. Weil die Batterien immer wechseln, war es immer wechseln. Alle paar Monate wechseln. Anstatt das einfach kurz aufzuladen, fand ich halt irgendwie cooler. Und es sollte wohl auch besser funktionieren mit dem Battery-Pack. Das konnte ich jetzt nicht definieren, aber gut. Es gibt ja das normale 3.0, da ist es genauso. Das ist auch nur ein bisschen neue Optik. Das ist auch in weiß dann für alle. Und ein bisschen andere LED, glaube ich. Die ist ja auch anders. Und halt eben leiser und ein bisschen performanter und so. Und bei dem 3.0 Pro, das das hier ist, da ist all das, was ich gerade gesagt habe. Also die Bridge, das Akkupack zum Beispiel, ist alles schon in dem Gerät verbaut. Das bedeutet, ich brauche keine Nuki-Bridge mehr. Das ist alles hier drin. Ich hoffe sehr, dass das zuverlässig funktioniert. Ich habe jetzt sehr lange darauf gewartet, es war sehr lange ausverkauft. Dann kam das wieder, dann war es wieder ausverkauft. Und jetzt habe ich es dann endlich bestellt. Wir packen es einfach mal aus. Also wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es nicht irgendwie Probleme gibt, weil da keine externe Bridge mehr dran ist und dass das Ding es alleine hinbekommt. Weil es ist nämlich schon schön, keine Bridge da mehr irgendwie noch zu haben, wenn man es auch nicht braucht. Und was ganz cool ist, ich habe gerade von dieser LED gesprochen, die soll jetzt wohl angeblich auch Farben anzeigen können. Das heißt, wenn irgendwie ein Fehler vorliegt oder irgendwas nicht stimmt, dann leuchtet die in der richtigen Farbe. Vorher waren es immer so Blinkmuster so, zehnmal kurz, dreimal lang blinken und dann weiß man, sollte man wissen, was das Problem ist. Und das musste man das jedes Mal nachlesen. Das war halt nicht so cool. So, wir haben hier eine Beschreibung, eine Anleitung, wir haben einen HomeKit-Code. Das ist natürlich auch wieder HomeKit-fähig, sehr cool. Leider ist HomeKit natürlich so ein Problem, weil HomeKit kann halt auch nur auf und zu. Also da ist jetzt auch nicht so viel, dass man irgendwie da, obwohl vielleicht kann ja, wird ja der Türsensor auch selber dann, ob die Tür offen ist oder nicht, anzeigen. Das wäre natürlich ziemlich cool, muss man ja mal sagen. Das wird man dann alles sehen, hört ja alles im Podcast. Hier haben wir, es ist auf jeden Fall ein bisschen schöner und ein bisschen aufgeräumter, kommt es mir zumindest jetzt gerade vor. Also die alten Pakete. Hier haben wir das Montage-Zubehör quasi, was ich jetzt nicht rauskriege, weil es genau hier reinpasst. Aha, okay. Auch hier wieder diese Plastikaufsätze, was ganz gut ist, weil die kann ich dann direkt meinem Nachkäufer mitgeben. Da muss man dann jetzt nicht so viel rum nochmal hier abmachen und wieder ranmachen und so. Das müsste eigentlich genau passen, kann ich nochmal checken. Das ist einfach für zwei unterschiedliche Zylindergrößen oder Zylindertiefen an der Tür einfach nur. Die hier klebt man einfach an, wenn der Zylinder nicht so weit rausguckt aus der Tür, da wo der Schlüssel drin steckt, dann klebt man das da drauf. Und wenn das ein Stück weit genug rausguckt, dann nimmt man den, ich glaube ich habe auch den. Und dann kann man das hier mit diesen Schrauben quasi den Zylinder hier fixieren. Ja, und dann hängt das Ding da dran. Kleben ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich merke auch manchmal, dass es so ein bisschen Spiel hat. Aber gut, sei es drum. Das ist auf jeden Fall wieder dabei, das ist ganz cool. Und hier haben wir das Nuki an sich. Und ich muss sagen, ich bin erstmal wie gesagt richtig froh, dass es jetzt in weiß ist. Also weiße Tür halt, ne. Der schwarze Klopper, der da immer hing, war jetzt nicht ganz so schick immer. Aber von der Größe und so ist das genau das Gleiche. Es ist ein bisschen schwerer gefühlt, weil das ist hier Alu jetzt. Das ist jetzt ein bisschen hochwertiger hier, dieser Knopf. Das ist jetzt nicht mehr nur so ein, äh, auch so ein Plastikknopf, sondern eben Alu. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das macht, edelt die Sache nochmal so ein bisschen auf, ja. Hier unten haben wir das Battery Pack drin. Auch in weiß, sehr, sehr schön, ja. Also hier kann man auch, äh, muss man hier noch so ein Ding rausziehen. Gefällt mir sehr gut, optisch auf jeden Fall. Gefällt es mir richtig gut. Ich werde euch, äh, hier ist überall Folie drauf. Ich werde euch nochmal, also hier kommt der Schlüssel übrigens rein. Das wollte ich vielleicht noch sagen. Hier kommt der Schlüssel rein und dann dreht dieser Mechanismus hier den Schlüssel einfach die ganze Zeit. Ich blende euch gleich nochmal ein Bild ein, wie das neben dem alten aussieht. Das wollte ich jetzt nicht abbauen. Und ob sich da irgendwie was verändert hat. Wahrscheinlich aber eher nicht. Ich glaube, ach hier unten ist noch was drin. Sorry, habe ich vergessen. Achso, hier ist noch Montage, noch mehr Montagezeug drin. Also ich glaube dann der kleine Schraubenzieher dafür und wahrscheinlich irgendwie noch was zum... Achso, natürlich, äh, hier. Kleiner Inbus für diese Schrauben von dieser Platte, die ich gezeigt habe. Und natürlich auch das USB-A. Okay, das ist auch so ein Ding. Ich habe ein Video zu dem Akku-Pack gemacht, als ich mir den gekauft habe. Könnt ihr einfach mal auf den Kanal gucken. USB-C auf USB-A. Und das habe ich mich damals schon gefragt. Es steht auch in der Beschreibung von dem Akku-Pack so drin. Finde ich ein richtiges Problem, um ehrlich zu sein. Man kann das Akku-Pack nur mit USB-A quasi aufladen, weil es nicht mehr als 5 Watt können soll. Also geht natürlich auch mit USB-C. Aber das Netzteil darf nicht mehr als 5 Watt machen. Dann lädt es nicht. Habe ich alles probiert? Funktioniert nicht. Es muss 5 Watt haben. Dann lädt es auch erst auf. Also es ist ein bisschen schade. Das hätte man so ein Fast-Charging-Ding, wäre natürlich cool. Hätte vielleicht eine Langlebigkeit wieder was geändert. Am Ende des Tages waren sie natürlich damals so clever und haben da ein USB-C-Port und da ein USB-C-Port dran gemacht. Das heißt, du kannst das Nuki. Und das ist halt der Vorteil von dem Akku-Pack. Du kannst das Nuki auch laden, wenn es an der Tür ist. Du musst es nicht dafür abnehmen oder das Akku-Pack rausnehmen und dann über Nacht gucken und so. Sondern du lässt es einfach dran, wenn du kannst und deine Steckdose in der Nähe hast, steckst es an. Lässt es über Nacht laden und es funktioniert im Notfall halt trotzdem. Also muss man nicht irgendwie, man hat da nicht irgendwie ein totes Schloss an der Tür zu hängen, sondern kann das trotzdem benutzen. Das ist halt dann doch schon wieder auch ein kleiner Vorteil. Also Akku-Pack, wie gesagt, kann man alles einzeln kaufen, muss man bei der normalen Version auch einzeln kaufen. Bei der Pro ist das alles mit dabei. Und ansonsten hat sich eben gar nicht so viel verändert. Warum habe ich es mir jetzt gekauft? Und das ist auch vielleicht schon so ein bisschen vorgreifend. War auch eine nicht so ganz einfache Entscheidung, was Smart-Home-Sachen angeht. Da bin ich eigentlich immer sehr gerne vorne mit dabei einfach und denke mir, okay, ich will es schon haben. Aber hier wird sich wahrscheinlich nicht so viel für mich jetzt verändern, außer dass eben keine Bridge mehr da ist. Das ist halt das Einzige erstmal gerade. Vielleicht wird es ein bisschen besser funktionieren, ein bisschen zuverlässiger manchmal noch funktionieren. Vielleicht sich schneller verbinden manchmal, wenn man dann vor der Tür steht und es nicht auf Auto-Unlock geklappt hat. Kann alles sein. Weiß ich nicht. Ich habe es mir in erster Linie wegen dem Angebot gekauft und weil ich endlich den ordentlichen Türsensor wollte. Ich habe nämlich noch einen zweiten Sensor so an der Tür, um halt generell zu tracken, ob die offen oder zu ist. Das musste ich jetzt so dann halt vielleicht nicht mehr haben. Und zweitens auch, ich weiß, man kauft nichts wegen Updates, die vielleicht mal kommen und die ist auch nie angesagt worden. Das ist nur meine Vermutung. Einfach auch für die Zukunftssicherheit, für kommendes Zubehör und so weiter. Da würde ich eigentlich gerne gewöpnet sein und wollte dann dieses Angebot halt eben einfach wahrnehmen. Ich vermute immer noch, dass sie irgendwas mit Homekey machen. Dass sie so einen zweiten, so einen Adapter rausbringen, den man sich draußen an die Tür macht und dann nur noch mit seinem iPhone das gegenhält und die Tür dann öffnet. Das sind halt so Sachen, auf die ich hoffe und die werden dann sicherlich nur noch mit dem Dreier funktionieren und eben nicht mehr mit dem Zweier. Wer weiß, was hier eingebaut ist an Technologie, von der wir jetzt gerade noch nichts wissen. Und da jetzt Nuki auch nicht jedes Jahr ein neues Schloss rausbringt und nächstes Jahr dann die Vierer-Version kommt, hoffentlich. Also, fingers crossed. Sollte das wahrscheinlich kein Ding sein. Und dann hat man das erstmal wieder ein paar Jahre und ist dann auf der sicheren Seite. Gut, soviel erstmal dazu. Soviel Spannendes, wie gesagt, gibt es da gar nicht zu erzählen, denn es hat sich nicht so viel getan. Was sich vielleicht tut, werden wir dann eben in der Zukunft sehen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir eine E-Mail, info-podcast.de, da kann ich die Fragen auch im Podcast beantworten. Denn da werde ich, wie gesagt, nochmal drüber sprechen, wenn ich das Ding ein paar Wochen getestet habe. Und was auf jeden Fall, merke ich hier schon, dieser Knopf ist auf jeden Fall hochwertiger. Also es drückt sich ganz anders. Es fühlt sich schon gut an. Also es ist schon hochwertiger gemacht. Das hier oben ist schon schön. Mal gucken. Wie gesagt, es ist schwerer. Fällt mir gerade noch so ein. Ich habe ja gesagt, meins, wenn das an der Tür so hängt, dann steht es so ein ganz, ganz Millimeter nach vorne. Man sieht, dass es nicht ganz fest auf dieser Platte hier ist. Gucken, wie das dann bei dem Gewicht jetzt ist. Ob das alles noch so hält. Da muss man auf jeden Fall noch ein paar Schrauben nachziehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, schreibt mir alles gerne in die Kommentare. Hört euch den Podcast an. Da werde ich drüber sprechen. Da spreche ich generell jede Woche über Dinge, die ich getestet habe. Zusammen mit dem Tim sprechen wir über die Tech News der Woche. Und was uns eben so bewegt hat. Und was uns was so interessant fanden. Deswegen schaltet da gerne mal ein. Ich danke euch fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns allerspätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.